hallo liebe grüße so fange ich an am besten fange ich beim anfang an war also frieden freude schicke euch ganz viel energie und hier sonnenergie wir sind hier draußen in die wunderschöne natur und ja thema ist dieser moment dieser moment gab es noch nie dieser moment jetzt gerade wird nie wieder gegeben es wird nie wieder vorkommen es ist einmalig was ist noch in diesem moment also zum beispiel diese atemzug einmalig ja was kann ich noch sagen also auch wer ich bin mein name ist papa bingy ja ja wenn ihr mögt könnt ihr gerne abonnieren kommentieren ein like da lassen oder so ja wenn ihr wollt wenn ihr nicht wollt könnt ihr trotzdem gerne machen auch wenn ihr nicht wollt und wenn ihr das nicht leicht mögt könnt ihr trotzdem like lassen so was habe ich noch wegen diesem moment also wie ich meine diese atemzug die du kannst gerne auch mal ein tiefer atemzug durchnehmen jetzt gerade denn mein nase leicht verstopft in diesem moment mit dem atemzug oder die atem sauerstoff das ist wie das lebens elixier es ist wie ein unsichtbare faden der uns an am leben hält und die mehr man mit dem atem mit dem sauerstoff und dem atem verbunden ist oder mehr bewusst und mehr in einklang mit seiner atem ist desto mehr ist man hat verbunden zu dieses quelle des lebens wir sind sowieso verbunden aber es gibt es kennst du wie bei der verstärker oder der musikanlage es gibt verschiedene level von lautstärke von helligkeit der bildschirm moment fährt im zug vorbei moment ruhe ja also worum ging es noch mal um diese moment und um atme atem und dass das atem ein verbindet zu der der die das lebens quelle wir sind sowieso verbunden zu der quelle aber wie bei ein verstärker oder irgendwelche gerät es gibt verschiedene stufen man kann höher machen runter machen eine licht du kannst nicht stimmen und ja wenn du dein licht deine bewusstsein sowie eine glühende full of hell hast voll auf volle pulle und kannst du richtig alles sehen was da ist wenn wenn die glühbirne full of gedimmt ist oder du hast du bist in einem herr sehr dunklen ort und und was noch und da in dunklen orten da ist kein lichtquelle außer nur so eine kerze oder überhaupt keine lichtquelle da weißt du nicht wo lang du sollst oder gehen kannst überhaupt oder ja also das ist so dein bewusstsein denn bewusstsein ist wie so ein licht und viele von uns wir haben so ein bewusstsein wie so eine ganz kleine kerze so wir laufen mit einem ganz kleinen feuerzeug so durch leben ja so ein kleines feuerzeug so und und alles diese feuerzeug leuchtet nur so kleine weg ganz ein feuerzeug im dunkelheit ist besser wie gar nichts aber man sieht nur so ein bisschen und so laufen wir dem leben wir denken nur das was wir sehen mit diesem licht nur das existiert aber schon mal wenn man könnte jetzt das ganze licht hochschalten dann würde man erkennen dass da ist viel mehr was man gar nicht wunderschönen guten tag was man was ein gar nicht bewusst war dass es überhaupt da war die ganze zeit bewusst bist du bewusst was dir bewusst war oder ist ja man kann die ganze man kann sein leben lang oder 100 mal an die gleiche stelle vorbeigehen und erkennt etwas wir nicht da ist bis man eines tages das erkennt weil gegebenenfalls man hat plötzlich die bewusstsein erreicht im leben leben wie ich mein leben ist gibt stufen phasen und etappen und ja ja also in diesem moment einzigartig so ich hoffe ich könnte irgendwelche informative wissen weitergeben ich glaube das reicht erstmal ja ja sonst ja dieser moment nochmals dieser moment und zurück zu diesem moment und diese art jeder von dieser atemzug war einzigartig es wird nie wieder geben also nimm es mit würde es ist es könnte wer weiß wann die letzte ist ja 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 gucke ich gerade vorne ja alles klar sonst einfach zwischendurch einfach kennst du kennt hier wenn man zum beispiel so in so komischen moment ist aufgeregt angst zustände oder was so immer wenn man so kurz art man kennt die herz rast und wenn du kurz einfach bewusst am besten so wie sehen zählen so können wir machen das ganz gut zusammen mal also ich brauch so ein ding den kameras abzustellen stativer da wieder so großen stock so also erstmal kurz entspannen schütteln wirst du und dann am besten auch die augen schließen und dann einfach einatmen wir machen bis 10 zählen und dann bei 1 1 bei 2 raus 3 rein 4 raus und das mit 10 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 das war wunderbar ich könnte einfach alles besser wahrnehmen sogar euch könnte ich besser wahrnehmen gerade ja also so zwischendurch bewusst atmen jeder moment wertschätzen jeder moment ist wichtig ein kleiner moment kann ein moment eine sekunde kann alles ändern guten tag wie eine funken kennt ihr nur ein funken braucht es dann brennt der ganze wald wir denken öfter weil wir nur eins sind dass wir schwach sind viele sagen so ja so viele probleme in der welt und dies und das die ganze politik und die und die es gibt es gibt kein die die sind wir die sind wir es gibt kein die und die sagen ja die 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 ich alleine kann nichts machen das ist das ist große fehler die man denken kann die power die kraft von 1 die kraft von 1 ja kraft von 1 in geschichte meistens gab es nur ein mensch jesus buddha allah wie auch immer jesus buddha allah wie auch immer ein mensch das war meistens ein mensch die ein komplette menschheit ein jahrhundert ein jahrtausend magandhi alles so im ganze bewegungen startet die komplett alles geändert hat ganze lebensstil die ganze da sein komplett verändert hat und ja die power die kraft von 1 die kraft von 1 1 wir sind alle 1 wir denken wir sind moment das ist unsere natur hier weißt du weißt du es ist natur aber auch andere arten von natur unnatürliche natur auch in unnatürlich ist trotzdem natur und licht drin natürlich licht und echt und wieder zu unserem thema was bei unserem thema nochmal die kraft von 1 mahatma gandhi allah muhammad jesus rastafari ja ein mensch hat eine komplette bewegung gestartet also unterschätzt nicht die kraft von 1 und wie ich meine viele sagen so ich kann nichts aber es braucht nur ein ein kleiner funken ganze wald brennt hast du ein glas wasser und du machst eine prise salz drin das ist kein wasser mit salz ja es braucht nur einen tropf ja ich meine ein funken brennt alles das sind jetzt eine kerze eine kerze kann und millionen kerze entfachen yo so liebe leute ich danke euch dir dich du der gerade zuschaut oder euch die das mein spiegelbild denn es gibt es kein du es gibt es nur ich und ich und ich denn wenn wie nimmst du dich selbst du bist ja ich ne und ich bin ja auch ich wir sind ja alle ich yo check the flow ihr könnt gerne mal ein abo da lassen kommentare lassen wenn ihr mich unterstützen wollt wenn nicht die universum unterstützt mich sowieso ich bin erfolgreich ich bin siegreich aber nicht sieg in irgendwelchen doofen kampf nur mit mit grund ein vernünftigen grund yo danke danke einfach da sein dass ich da sein darf und kann und vielleicht habe ich auch selbst mich hier hingezaubert yo also so danke feuer danke wind danke erde danke luft danke raum die das alles zusammen hält ich danke dich ich danke ich so ich habe mich eingeloggt ich schlage mich wieder aus bis später rr 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 rrararara rr r Hahn